Der Bundeswehrverband dringt wegen neuer und vielschichtiger Bedrohungen darauf schnell mehr Personal für die Truppe zu gewinnen. Verbandchef Wüstner sagte der Rheinischen Post, die Truppe müsse personell spätestens Ende kommenden Jahres den Abwärtstrend stoppen. Gelingen dies nicht, drohe die Einsatzbereitschaft auf ein Maß zu sinken, das kaum zu verantworten wäre. Notfalls werde die Politik nicht darum kommen, notfalls wieder die Wehrpflicht einzuführen. In Berlin beginnt heute die Bundeswehrtagung. Der Bundestag berät am Vormittag über die Finanzierung der Bundeswehr. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.